Was geht, YouTube? Wir zocken heute, wie heißt das Game nochmal? Don't Scream. Das wird, glaube ich, sehr, sehr nice. Also, wie ihr gerade die ganze Zeit schon seht, wenn ich zu laut bin, verkacke ich. Ganz einfach. Das ist ein Horrorspiel. Ich muss 18 Minuten insgesamt durchhalten. Ich bekomme permanent irgendwelche Jumpscares in die Fresse. Ich weiß ehrlicherweise auch gar nicht, was so kommt. Also, ich habe es mir so ein bisschen angeguckt. Ich habe jetzt einfach mal mit dem Mikrofon Lautstärke, damit ich so ein bisschen reden kann noch, auf 60 gepackt. Aber wenn ich zu laut rede, sterbe ich. Ganz einfach. Und ich würde einfach sagen, wir starten. Und mal sehen, ob ich 18 Minuten durchhalte, ohne zu sterben. Oder schon beim ersten Mal. Also, ich bezweifle ganz stark, dass ich beim ersten Mal packe. Wie schlimm, ich kann schon 18 Minuten zahlen. Ich habe keine Ahnung, was mir erwartet. Was ist hier? Okay, Leute, ich darf halt fast gar nicht sprechen. Holy shit. Das ist easy. Wir gehen Richtung Flugzeug. Wir gehen wieder Richtung Flugzeug. Wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Wir gehen, 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 wir gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 I am right behind you. Da gehts. Alles ist. Alles ist hier. Alles ist hier. Help! Help! Oh shit! A rat! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Na da passiert gar nichts. Das sind die Chums. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Was ist das? Oh, oh, oh. Das war's für heute. Nein, 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 nein. Untertitelung des ZDF, 2020 darf ich jetzt reden anscheinend schilder ja guck mal